So, Herzlich Willkommen zu unserem neuen Spiel. Wir spielen zusammen Minecraft. Ich spiele mit meiner Tochter. Und dann fangen wir einfach mal an. Jetzt brauchen wir Holz. Wir spielen das ganze auf normal. Deine Tochter ist vor ein paar Klicks drüber. Ich würde auch nichts noch friedlich stellen. Aber das darf ich nicht. Ah, hier ist ein Bohnen. Okay. Oh, hier ist unsere Meerenstöcke. Wir müssen viele Stöcke mehr stehen. Ich habe einen Stöcke. Äh, ich bin da drauf. So, Holz. Oh, Holz. Ja, ich habe schon mal. Oh, ich bin da drauf. Ah, ich bin da drauf. Dann werden wir einfach mal schauen, wie weit wir zu zweit kommen. Und wir den Endertrachen besiegen. Ich weiß nicht, so oft wie du in Höhlen schon mal gestorben bist. Ich bin mir nicht sicher. Wo bist du denn jetzt? Ich gebe ihn runter. Hol uns Kohle. Ja, wir brauchen Kohle. Ich weiß. Wo hast du deine Weckmangung bestimmt? Die habe ich wieder mitgenommen. Was ist das? Sicher. Das ist egal. Wenn wir jetzt selber machen, ich habe immer den Metall. Ja, zack. Und wo weit habe ich 20? Okay, ich habe es genannt. Okay? Zu früh. Zu früh? Ja, zu früh. Auch gerade zum Abbau. Okay. Aber ein Haufen Kohle haben... Sehr wichtig für den Start. Ha. Ja. Ja, ist nicht schlimm. Was sollen wir machen? Nix. Kümmerst du dich um Holz und ich mache Stein und Kohle? Und wir machen. Du machst Kohle und Stein. Okay. Können wir unser Haus aus Stein bauen, wenn es sicherer fängt nicht an zu brennen. Machen. Weil es nicht wieder explodiert neben unserem Haus. Ist das Haus ausgebucht. Auch wenn es auf Stein ist? Bisschen. Och Mann. Wenn irgendwas zu brennen anfangen würde, würde unser Haus nicht mitbrennen. Weil es aus Stein besteht. Du kannst doch schauen mit dem Schafen, dass wir gleich Bitten haben, wenn wir dann... Nicht bauen? Ja. Punkt. Genau. Ja. Warum kann man eigentlich Gras abbauen, aber man hat es da nicht im Inventar. Die Landschaft für Indus. Nein. Warum möchtest der Baum so komisch? Okay. Okay. Doppelstamm. Doppelstamm. Wollt so ein bisschen was ausführen. Ja. Kriegerfangen. Sehr lange. Zu früh dass wir fertig sind und zu früh haben wir es zum Schlaf gegeben. Ja. Aber... Schafe sind vorher oben rumgelaufen. Und oben war. Echt? Fünf Tage hier. Ganz offen. Warum schon? Mann. Wir brauchen eine Ebene. Ist hier unten bei den Höhlen. Weil sonst würden wir dann nicht unser Haus hier bauen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um. Ich glaube, das machst du. Ich kümmere mich ins Haus. Ah, ich kann noch. Ich habe über 64 Wetter. Ja, passt. Wir bauen uns ein kleines, aber feines Haus. So, dann platzieren wir mal. Hier, genau an einem raumenden Block. Wie geht sich das aus? Oh, da habe ich sogar wirklich nicht mehr. Ok, erfunden Sie mal. So weit gehe ich nie rein. Ich habe noch keinen. Hast du Zeit? Ja, schwer. So. Nein, reinlaufen. Hey, hast du schon eine Steinsgezacke gebracht? Sicher. Hey, cool. Oh mein Gott. Aber ich würde wirklich sagen, wir bauen uns da oben. Oder da unten sogar das Häuschen. Nein, nicht da unten. Nicht unten? Nein. Warum nicht? Weil wir dann die ganzen Monster gespongen. Genau von unserem Haus. Ach, das stimmt. Weil wenn wir das da unten bauen würden, und dann kommen die Monstern danach aus der Höhle raus und stehen dann ständig vor unserer Haustür. Okay. Habe ich schon mal gehabt. Okay. Also wie man hört, man hat schon mal gespielt. Aber jetzt haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal auf und schauen mal. Vielleicht gefällt es euch. Könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen oder einen Kommentar. Ja, wir würden uns sehr darüber freuen, oder? Ja. Genau. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich nichts freigelassen für die Tür. Das ist schlimm. Ja, das baust du einfach ab. Ach, das stimmt. Okay. Und du baust da oben. Ja. Schöne Häuschen. Aber gut, natürlich jetzt ein bisschen die Tür. Danke Papi. Bitte. Du kümmerst du dich am liebsten. Du kannst dich ja um die Schafe kümmern. Mach ich bitte. Ich habe übrigens auch eine Werkbank. Weißt du was, ich habe gerade eine super gute Idee bekommen. Was? Wir könnten ja nach unten einen Keller bauen und in dem Keller dann einen Lagerraum machen. Wo wir dann ganz viele Kisten haben. Und aus den Kisten, da können wir dann ganz viel in die Kisten reintun. Und dann haben wir auch noch Ofen und Werkbänke da oben. Und das ist so unser Lager, ja genau, und Lagerraum, Lagerwerkraum. Können wir machen. Habe ich mir nämlich schon mal übersehen, dass man das machen kann. Ich auch gerne machen. Ich wollte nicht mehr. Wie hoch soll das Haus werden? Ja, mach doch mal vier Blöcke hoch. Vier Blöcke hoch? Ja, meine, warum brauchst du da wieder an die? Die muss ja die Tür. Ja, aber die schießt doch nur zwei hoch. Ja, und du hast da eins schon vorgegangen gesetzt. Oh, okay. Dann brauche ich zu viel. Ich habe noch immer über 19 Stück, also über 20 habe ich noch. Und Holzblätter, weil ich mir extra ganz viele gemacht habe. Was brauchst du? Oh, ich habe schon eine Kiste gekraftet. Ich ja. Du baust tausend, oder? Da mal. Und du machst die anderen wichtigen Sachen. Ja, stimmt. Das ist alles wichtig. Ich habe weißer Ofen. Ich habe schon weißer Ofen. Mann, ey, woher kriegst du die ganzen Sachen? Ja, indem ich die Sachen abbaufe. Ich kann das nicht so gut laufen lassen. Ich悄 cinco Stunden überleben. Ich glaube, das haust du gut. Ein Nummer, ein Hölchen. Juhu. Klein, aber fein. Genau. Jetzt schon? Stein oder eine Nummer? Ja klar, alles nur Stein. Ja, dann musst du gleich gescheit sein, wenn du das hast. Ich habe nur Holz. Und ich soll ernsthaft vier hoch machen. Ja. Hast du noch Sprech da? Ja. Schmeißt du gleich raus? Ich verbrauch erstmal hier welche. Du klickst in die Kästchen, dann kannst du es raus. Ich hole mich da rein und ich hole mir dann welche. Ich bin wieder. Ich hoffe, ich überlege mir diesen Sprung von drei Kästchen runter. Ui! Ja. Aber sobald man bei vier Kasten runter sprengt, habe ich die Erfahrung gemacht, kriegt man ein halbes Herz Schaden. Ja. Zu hoch. Das finde ich aber doof. Ist zu hoch. Ist zu hoch? Also wem ich denn die? Ist er da drin? Ja. Weil ich unaufsichtig her habe. Was brauche ich denn? Seh. Da warte, da ist ein Holz. Was ist denn noch Holz? Ja. Sechs Stück. Habe es gerade gesehen. Hä? Ja. Wir machen für die Drucktatte, dass wir nicht überlaufen. Ah. Geh weg. Oh Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Super. Oh Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, nimm doch Leitbreppen. Aber wo kann ich gerade nehmen? Da in der Kiste sind. Steindeppen. Drei Stück. Drei Stück? Ja. Da kommt dann her. Also wenn man Sachen suchen muss. Ich brauche mich mit der Erde da hoch. Und es wird Nacht. Ich jetzt? Ja. Oh nee. Bin dann noch nie mal fertig. Da bin ich jetzt oben. Ja, es wird wirklich Nacht. Da ist schon mal eins hälften und dann macht der Kiste zu. Ah, ich hast ja in Reihe meinst du. Ja. Und dann mach zu oben. Kannst die Erde da schon mal wegnehmen? Ja, wie kommst du wieder runter? Oh, stimmt. Ich springe auf die Erde drauf und baue die dann ab. Sollte funktionieren. Ich kann ja auch einfach rüttterspringen. Hm. Ist ja eh nur ein halbes Scherz. Ah, ich hab mir Trittplatte gemacht. Was? Ja, ich hab mir keine Trittplatte gemacht. Oh, wahr. Ich hab mir eine halbe Stücke gemacht. Mist. Ja. Dann willst du da dann bitte einen Trittplatten? Mann, ich hab keine Britten mehr, Papa. Und da ist eine Spindere. Ich hoffe, ich bin mir davon gekopst. Was macht der jetzt? Ähm. Du musst mir auf die Nacht über warten. Mhm. Wir haben eh ne Fakten. Ich hab zwei Fakten. Zwei? Ich hab mehrere Fakten. Wacken sind auch nur in der Kiste. Echt? Wo viele? Ein paar. Zehn. Zehn sind nicht ein paar, Papa. Ja. Sag mal, ich hab nichts mehr. Außer ne... Hä? Ich hab schon was rumkrabbeln gesehen, aber ich hab nicht gedacht, dass das ein Frosch ist. Mal sehen, was kann man denn den Räuch aufmachen? Gut. Nein. Ah. Oh mein Papa. Ja? Oh mein Gott, was ist da? Ja. Ein Zombie mit Goldrüstung. Hat... Hat man schon öfter gesehen, aber die sind ganz schön... Es ist stärker wie normal. Und sie halten mehr aus. Naja, der jetzt... Also hat er nicht mehr Rüstung verloren. Na. Also der hat jetzt nicht mehr auskommen, der hat anscheinend schon Schaden gehabt. Es... Ich hab auch schon eine Spinde gesehen gehabt. Ja. Nur dass du es weißt. Oh, ein Fuchs. Oh, ein Fuchs. Tschüss. Ich warte für den Hausten. Das ist die Zunge. Oh, oh. Aber normal. Ist die normalen... Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Ich hab noch kein Hausten, nix. Kann man verrottetes Fleisch essen? Das ist wirklich gekrankt, glaube ich. Aber das ist jetzt sauberbring gebrotter. Ah, okay. Man kann es nämlich essen. Okay. Wir wissen jetzt auch, man kann verrottetes Fleisch essen. Ich wüsste es nicht. Das ist so. Nein, danke. Ich hab mal wieder was dazugelernt. Aber ich würde es jetzt selber nicht essen. Ich würde es nicht aufprobieren. Auch wenn wir jetzt wissen... Was? Oh, Zombie. Ja, die machen jetzt... Machen dre... Zweieinhalb oder dreieinhalb Herzensschaden. Na, die hat mir tut das aus. Äh, das hätte ich auch gemacht. Naja, ich bin... Ich hoffe, da kommt nix rein. Wohin reinkommen. Spinne. Wo? Könnte Hochkästern an der Wand und dann durch die Decke rein? Ah. Jetzt geht's in der Wüste. Komm, ich bin gesicht, das will ich steh. Da ist... Papa, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu, Papa. Mein Gott, die versucht hochzuklettern, Papa. Die kommt rein. Ja, die ist zu dick dafür. Hehehe. Hehehe. Hat sie irgendwas abgegeben? Nö, das war auch. Echt jetzt? Spinnern geben noch meistens Spinnenaugen. Ja, vielleicht nicht gleich im Anfang. Aber was wir gleich machen können, ist so ein Blitzstab. Das falls gewinnt wird. Ganz wichtig, merken. Blitzstab herstellen, sobald man ihn hat. Falls der Blitz einschlägt, nicht ins Haus. Dann schlägt er nämlich immer da ein, wo ihr den Blitzstab platziert habt. Ich würde ihn halt nicht im Haus platzieren, weil dann ist euer Haus hier lieber. Haben wir schon mal wieder Erfahrungen gemacht. Super. Hm. Ist immer gut. Das ist gar keine Faktik. Schlimm, warum das keine Faktik steht? Das ist gar nicht passiert. Weil nur noch eine Faktik. Und vier Faktik. Sag ich's. Jetzt hast du's. Okay. Ich bewache die Decke. Können wir dann die... Also... Wir haben hier jetzt gar nichts aus Stein gemacht. Egal, im Keller. In unserem Werkkeller machen wir dann noch Stein, weil das ist sicher. Ja, ich hoffe. Ich hab noch einen Keller gebaut. Ja, dann gibt's Zeit. Aber dann würde ich hier runter bauen, nur mit Leitern. Weil Leitern... Ich würde einfach sagen, wir haben da drüben eine Höhle, die werden wir nachher mal gucken. Das kannst du selber machen. Ich will nicht so wie du zehnmal in der Höhle sterben. Hey, du bist schon mal zehnmal gestorben. Ja, danke. Ja, meiner Meinung ist dauernd nach oben da lassen. Weil mein Vater ist schon mal zweimal gestorben. Also... Zehnmal in der Höhle. Mindestens. Mindestens. Wenn dann sogar mehr. Ja. Weil er seine Sachen ständig wiederholen wollte, obwohl er sich genau so neue herstellen könnte. Okay. Und deswegen gehe ich auch nicht so gerne in Höhlen, wenn ich welche sehe. Das ist gut. Nein, ich bin kein Angsthause. Ich will nur nicht zehnmal sterben, so wie du. Ist der Frosch nicht eigentlich... Also Zombie. Ja, ich weiß. Ist der Frosch nicht... Geh weg! Das war knapp. Wer er explodiert, wärst du schuld. Du bist in der Tür gestanden. Ja, du auch! Du hast den Creeper angelockt. Ja, er hat dich... Ja, er hat dich gesehen und kommt. Creeper sind nicht dumm. Wenn du dich sehen, kommen sie. Papa tut es ja nicht weg. Ich stehe sich... Nicht anschauen. Ich guck zur Wand. Ist er weg? Ja. Äh, macht unser Haus jetzt kaputt? Nö. Aber das kann sein, dass er die Sachen klaut. Da war er gerade in der Kiste. Ist er weg? Kann ich mich wieder umregen? Ja, ist schon weg. Ja. Ja. Hat er irgendwas geklaut? Nö. Da hat er schon was in der Hand gehabt. Da hat er Erde in der Hand. Ja. Die können Erde schmeißen. Da können die einfach angreifen. So. Und du bist fast K.O. Also fast tot, weil das so viel Schaden macht. Oh mein Gott. Hilfe. Wir müssen um... Oh mein Gott. Uau. Na, wie geht's los? Was soll ich aufpassen? Wie machst du denn noch? Kann ich die Tür machen. Mach ja nicht die Tür auf. Hab ich schon. Papa... Nein, er ist in der Tür gestanden und wäre reingekommen... Mach die Tür zu. Warum muss ich denn mal die Tür zu machen? Wenn ich jetzt nicht der Tür machen, ha? Nein. Oh mein Gott. Und da ist noch ein Creeper. Papa, lauf weg vom Haus. Ach so, ich bin nicht. Oh. Ach so. Ich bin nicht mehr runtergefallen. Oh. Bin ich mir runtergefallen. von einem creeper in die luft gejagt wo bin ich jetzt schon wieder da unten wo die hülle ist schön dass der creeper der gesellschaft leisten will und der frau hat nur so ein kleines loch gemacht in die luft gesprengt aber ich habe wieder sehr beeindruckt ich kann nicht sogar sehen der frosch macht mir echt angst das ist wenn der frosch geflicht ist und angreifen kann und sterben und hier sein also wieder wieder ist diese mit hoher aber nicht zum haus nicht zum haus mein gott der babyzombie ich habe mir schaden respekt in die luft gesprengt er war wohl hinter der wahrscheinlich ich habe ihn nicht sehen ist mega es wird wieder tag was wird echt wieder tag ja es ist schon tag hä der bahn ist wieder tag jetzt gerade liegt die sonne auf dann kann ich raus gehen oder? ja noch ein bisschen angst glaube ich oh weil da unten spawnen die glaube ich was machst du denn? hilfe zombie 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 hilfe im haus hilfe ich bin hilfe hilfe was mach ich hier? du bist einfach wieder in der hülle umgegangen nein du musst ihn hochgehen das ist wieder ein creeper explizit aber wir haben einen guten punkt diese creeper heutzutage ach ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wie ich da hab mit okay wir gehen nicht hier was ich nicht lang wieso? wo wieso? wo wo dann noch noch brennen die Zombies herum? was für eine überraschung oh da bist du hier hast du ja die Tür hast du die Tür zu gemacht? ach papa wie wär's wieso? warte mal wo ist denn meine Was sind meine Sachen? Oh, okay. Meine Sachen sind dann im Haus, oder? Ja, ich habe keine Kamera. Ja, du hast du jetzt meine Sachen. Ja, ich bin gut. Papa würde von einer Spinner schlagen. Was für eine? Komm, ich sponge und lasse eine Zange. Ich sponge und lasse eine Zange. Da oben stehen zwei Lama. Wow, da ist Lama. Das ist ein wichtiges Problem. Warum? Ja, siehst du doch. Ich weiß. Oh mein Gott, ich bin hier. Ja, mach sie doch. Nein, ich habe keine Sachen, Papa. Ja, und? Hau sie bitte nach hinten. Das ist eine Backbank. Oh, wie fehlt's? Jetzt bin ich runtergefahren. Ah, das habe ich zuerst abgedrückt. Papa, ich habe Angst, wie das? Nee, komm schon. Ein paar Mal Holz ab, ich kümm mich um die Spinner. Ich bin es weg. Ich bin es wirklich weg. Hast du die Tür wirklich nicht zugemacht? Nee, was ist sie? Ich bin hier. Spinner, 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 Hilfe. 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 Help me, help me. Sie sind weg. Was? Sie sind weg. Sie sind weg. Ah, sie sind weg. Wir haben zwei Spinnenseile bekommen. Was? Zwei? So viel? Ist nicht so viel, aber... Süße Beeren. Ich will auch süße Beeren haben. Okay. Nee, ich habe zwei Stück. Gott sei Dank sind die nicht giftig. Letztes Mal, wo wir süße Beeren hatten, im Minecraft habe ich, und du schon anbekommen hast, habe ich kurz gedacht, dass die Beeren giftig sind. Mhm. Sind sie aber nicht. Ja, dabei hat nur der, hat nur der, also der Strauch von den Stacheln. Genau. Haben wir wieder was dazugelernt? Ach du. Lieber. Oh nein, unser ganzes Haus wurde fast in den Luft gesprungen. Oh, ich habe eine Kartoffel. Mist. Woher hast du denn diese Kartoffel? Genau. Ach so, da wo du das Zombie besiegt hast, hast du nämlich eine Kartoffel bekommen. Habe ich gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirkt, dass Zombie eine neue Kartoffel mit hat. Glaube ich aber nicht. Ist unser Haus kaputt? Nö. Ah. Weil wir brauchen Sachen. Ah, genau. Ah, diese Baum. Ich weiß ja nicht. So. Ja, erwischt. Ja! Okay, ich habe sieben Stück. Super. Und jetzt habe ich 28 Dinge. Fichtenbretter, oder wie auch immer das da heißt. Kann man hier in unserem Haus weiterleben, oder müssen wir woanders hinziehen? Warum? Nein. Bau doch einfach einmal ab, und wir brauchen ein bisschen Holz. Ja, Stein. Holz, keine Ahnung was. Bau mal Holz ab. Habe ich doch. Ich habe 28. Das reicht sicher für dieses Ding. Ich jetzt. Hä? Hä, was machen die ganzen Spinnen hier? Die sterben ja immer. Ah ja, am Tag. Genauso wie die Endermans. Die überleben das auch. Und diese kleine Füße. ist so frisch. Ich mache jetzt die Tür zu. Ja, mach die Tür zu. Da suche ich aber nach Erde. Vielleicht brauchen wir mich. Wir brauchen aber einen Gitz. Wir brauchen aber einen Gitz. Fünf Erde, oder so. Ah, wir haben 28. Wir haben es einen Gitz. Ah, ich habe genug Erde. Also, ich habe gar kein Problem mit meinem Haus. Also, unsere Haus. Ich großteils gebaut habe. Silber ist mein Gebot. Ich habe es allein gebaut. Okay. Was soll ich hier? Nein! Ich habe es. Was? Ich bin gerade runtergefallen. Ich war da oben. Ich glaube, wo ich die noch bin. Ich schaue. Ah, genau! Ich weiß, wo ich die noch bin. Ich bin so ein Problem. Ah, da war weh. Nein. So. Jetzt soll es aber gehen. Oh mein Gott. Unser Haus ist so nah an der Höhle, Papa. Ja und? Ich habe gerade einen Höhle in der Höhle gesehen. Und? Ich habe sogar mehrere. Ich weiß nicht, wie mir das meine Augen sehen kommen. Aber ich kann es sehen. Er ist so nervös. Aber weil wir nicht. Ja. Wir haben sie noch nicht sicher. Und wir noch nicht mal Betten haben. Ja. Aber um das kümmere ich mich nicht, weil da unten ist... ...zu spätig. So, aber jetzt mal vorweg, nachdem das jetzt doch schon relativ lang ist, würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal schauen, ob wir es schaffen, ein Bett zu bauen. Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.